ja und wenn ich wieder absteigen will hallo war glaube ich das hier ne ok danke sehr gefährlich ich werde jetzt gleich mal gucken welche quests ich noch so mache hier ist so viel geil folgt mir das ding eigentlich die graser dann gucke ich gleich mal ob ich auch die zähmen kann oder ob man überhaupt welche zähmen kann und so weiter und ja und ja ich kann maschine zähmen ist das nicht cool ja wächter wächter du bist ein graser ein graser ok ok jetzt will ich mal gucken warte mal quests neben quests habe ich noch nicht äh die hauptquests ich nehme erstmal das da und das schlachtfeld ist da hinten was bist du ein läufer ich müsste mal gucken manch habe ja gespeichert manch habe ja gespeichert um diese maschine überbrücken zu können muss ich herausfinden wo sie herkommen wo kommen sie her ich glaube ich werde jetzt mal einen kampf riskieren ich habe ja gespeichert dann gucken wir jetzt mal dann gucken wir mal oder auch nicht ähm was bist du eigentlich wollte ich ja ähm wie war das hallo wer ist hier noch du bist da du bist da oha ich treff nicht nein nein lauf du dummes Ding ähm ja hallo ich wollte da hin genau und man kann dich doch so angreifen oder nicht oder jetzt jetzt oder auch nicht alles klärchen äh okay oh das ist meine ups hallo läufer habe ich meinen angegriffen man bin ich dämlich alles klar warum auch nicht Entschuldigung läufer ja ach bin ich bescheuert ey was bist du was bist du also er hat wohl doch nicht so angegriffen wie ich wollte äh oh ja warum nicht was bitte okay ich mach ja sonst nicht ähm Ähm, sowas, ne, also. Mein Tier ist, ähm. Okay. Moment mal. Ah, da ist noch was. Ich geh gleich da hin. Warum muss ich hier rausfinden? Ich hab hier irgendwo ein Schwein gehört. Ah, warte, hier ist noch was. Hm. Okay, das war zu langsam. Na, du humpelndes etwas. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich noch herausfinden, ob man die, ähm, das mach ich dann beim nächsten Mal. Ich glaub, ich geh erstmal ins Geschehen. Da, wo wir, ja, zum Ort des Geschehens. Das hilft bestimmt weiter. Sehen wir dann, ob's weiterhilft. Ähm. Ah, da ist so ein Wildschwein. Okay. Du hast hier noch was? Für mich? Hab ich gehört? Natürlich kann ich nicht an dem Gegner vorbei. Also drüber laufen. Yay, das ist meine Chance. Entschuldigung, Schwein. Wildschwein. Es tut mir so leid, aber ich brauche dich. So, jetzt mal ernsthaft. Ich werde jetzt mal gleich mich irgendwie an so ein Graser vorbeischleichen. Mal gucken, ob ich den kriege. Zum Zähmen. War da nicht eins? Das ist nur eine Trainingsattreppe. Mein armes Tier. Oh, das hätte ich jetzt übersehen. Na, hier kann man irgendwo... Ah, da oben. Ja, warte. Hier kann man speichern. Ich begebe mich jetzt mal zum Schlachtfeld. Hieße ist ein Jagdgebet, stimmt? Was machst du denn hier genau? Hm. Trägst ein Sucherzeichen. Ich dachte schon, die gibt es gar nicht. Du hast tatsächlich die Erlaubnis der Stammmütter, das heilige Land zu verlassen? Ja, aber ich wäre sogar ohne die Erlaubnis gegangen. Wirklich? Dann können wir vielleicht offen reden. Es ist so, ich bin hier für die Kaja. Ich vertrete eine Organisation namens Jägerloge. In Meridian. Wir testen das Können junger Jäger an Orten wie diesem. Du könntest genau die Person sein, die wir suchen. Versuch dich doch mal an den Prüfungen. Doch damit eins klar ist. Ich würde begrüßen, wenn du unsere Unterhaltung geheim hältst. Besonders gegen Stammmüttern. Hm. Erzähl mir von den Prüfungen. Die Jägerloge bietet den Jagdgebieten Prüfungen an, bei denen Jäger ihr Talent beweisen können. Was bekommt man, wenn man sie besteht? Den Stolz auf sein Können und Abzeichen, je nachdem, wie gut man war. Hier bieten wir Werkzeugprüfungen an. Was für Werkzeug? Zur Jagd braucht man nicht nur einen Bogen. Du musst einfach alles Verfügbare einsetzen, sogar deine Umgebung. Das siehst du, sobald du eine Prüfung machst. Okay. Okay. Was ist die Jägerloge? Eine Gruppe von Jägern, die als Wettkampf die mächtigsten Maschinen vernichten. Er führt von den Carjern Meridian. Du wirst sie treffen, wenn du im Jagdgebiet dreihalb Sonnen erlangst. Aber sei gewarnt, sie mögen keine Nora. Äh, drei Jagdsonnen. Okay. Du dürftest gar nicht hier sein, oder? Nein. Mein Freund und ich verließen das Heilige Land und kehrten zurück. Den Stammmüttern würde das gar nicht gefallen. Wir sind wahre Jäger. Wir zogen los, um neue Herden und Maschinen zu finden. Und darum wollten wir auch in die Jägerloge. Doch die Carja hätten keine Nora aufgenommen, also trugen wir Carja-Kleidung, als wir uns vorstellten. Nach einer Weile fühlten wir uns wie zwischen zwei Welten gefangen, nicht ganz Carja, nicht ganz Nora. Wir vermissten die Heimat. Wir kehrten zurück und haben ein eigenes Jagdgebiet gefunden. Kann das denn gut gehen, ohne die Erlaubnis der Stammmütter? Ich weiß nicht. Doch wir glauben nicht an ihre Regeln. Die Welt da draußen ist groß und es bringt nichts, sie zu ignorieren. Okay. Entscheide dich. Welche Prüfung interessiert dich? Ich erkläre sie dir. Ähm. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Okay. Wie gefällt mir? Wutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. Werde ich eh nicht schaffen, aber wir testen es. Wir testen es. So. Das ist drei. Ducken. Und das hier. Ja. Okay. Speichern wir jetzt noch. Ach so. Tricky. Dieses Seil hier runter. Alles klar. Wo sind die jetzt? Ach da, oder? Ich muss den Kampf gewinnen. Ach du Scheiße. Werde ich nie gewinnen im Leben, ey. Im Leben nicht. Wo sind denn die? Sag mal ernsthaft? Okay. Prüfung nicht bestanden. War ja auch sowas von klar. Oh oh. Jemand ist hinter mir gehen. Kann sein. Nein. Hallo. Ich tricke dich. Bevor du explodierst. Ähm. Ist hier nicht irgendwie... Oh. Hi. Ja. Hi. Hi. Ähm. Ich hab's nicht geschafft. War ja sowas von vornherein schon klar. Ähm. Mega. Ich sammle weiter mein Zeugs. Danach. Danach. Was? Okay, egal. Okay, egal. Komm. Gehen wir rüber. Wo sind die da oben? Dann kennen wir uns jetzt ja. Boah, macht der viel Schaden, ey. Eins trifft. Die sind mir echt zu schnell. Ich will doch nur das da oben treffen. Mehr will ich nicht. Gib mir deinen Hintern. Dann. Ein bisschen mehr. Oh. Das wär jetzt schön gewesen. Ähm. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Was sind denn die? Ach da. Ich werd das trotzdem zu Ende bringen, was ich angefangen hab. Komm, stimmt hinter mir. Warum muss ich eigentlich immer looten zuerst? Wir wissen doch genau, ich werde. Hier ist Heilung übrigens. So. Sehr hilfreich. Na, super. Womit hab ich das verdient, ey. Weh! Komm her. Uah! Das wollte ich nicht. Ja! Oder auch nicht. Ja. Vielleicht. Nein. Ähm. Okay. Kein Problem. Ich hab viel zu lange gebraucht. Tuh. Die suchen mich. Hier hin. Ich hab viel zu lange gebraucht. Viel, viel, viel zu lange. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab's einfach nicht drauf. Haha. So. So, ich muss jetzt hier hoch. Oder was? Wollte ich schon sagen. Ähm. Das erste Mal und sofort geschafft. Äh. Alles klar. Wenn du etwas schneller wirst, kriegst du eine Vollsonne. Teste dein Geschick mit Pfeil und Bogen, indem du möglichst schnell Teile von Graserrücken abschießt. Perfekt. Die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutscht. Mh. Oh. Kann man eigentlich? Ich cheate. Kann man das? Das war keine Warnung. Oh je. Ach, nö. Geh doch. Bitte mal weg. Was? Warum treffe ich den nicht? Geh doch. Okay, ich verschwende mir viel, viel, viel Zeit hier. Wo sind die hin? Hä? Hallo? Wo seid ihr? Ah, da. Wer bin ich? Okay. Sollte echt mal ein bisschen. Ein bisschen. Ey. Entstaffed. Okay. Moment. 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 Alles klar. Okay, schneller geht's nicht. Aber da kommt ein Tier. Das reicht. Tut mir echt leid. Aber das musste sein. Ey, sag mal. Läuft oder läuft nicht? Ich will doch nur auf den Hintern. Also... Langsam. Oh oh. Hallo. Nja! Nja! Egal. Ich muss wieder da hoch. Aber es ist eine gute Übung für mich. So schnell wie möglich ist das hier jetzt zwar nicht, aber... Ging das da durch? Nein. Das wird mir noch weiterhelfen. Och nö, ernsthaft? Also langsam gehst du mir auf den Keks. Ernsthaft? Ey, die... Ich krieg gleich eine aus Rasta. Egal, ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Am liebsten eine Bombe reinwerfen, ey. Komm her. Was? Boah, ey! Uah, uah, uah! Kann man hier eigentlich? Ich krieg nur ne halbe Sonne, aber egal. Oh. Ist doch nicht schlimm. Tschuh! Oder auch nicht. Kann man hier eigentlich? Ich seh nix. Danke. Die will ich jetzt aber besiegen. Und zwar... So. Und immer schön leise. Hat wohl nicht geklappt, wie ich wollte. Hm. Kann man eigentlich? Okay. Oh. Was, ein Massaker hier. Egal. Egal. Okay. Die Prüfung nicht geschafft, aber... Ich muss besser werden. Ich muss viel, viel, viel besser werden. Und ruhiger. Und entspannter. Und nicht so hektisch. Okay. So, ich muss irgendwie wieder da hoch. Was? Ähm, da lang. Ja, hier hoch. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Und zack. 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 Ich muss sagen, es erinnert mich echt an Assassins Creed so ein bisschen. So, wir gehen hier erstmal... Gut. Du hast eine Halbsonne. Ich muss gehen. Komm wieder, wenn du willst. Ja. Wir heilen uns erstmal. Ähm... Ähm... Äh... Ähm... 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 Begib dich, das machen wir ja. Nebenquests habe ich keine. Hä? Ach komm, machen wir das zu Ende. Ach komm, machen wir das zu Ende. Was? Schieße auf die Stämme, damit sie umfallen und den Maschinen schaden. Denk dran. Mit der Sprengschleuder kannst du Maschinen erschrecken und sie in die Richtung fliehen lassen, die du willst. Mhm. Ich bin gespannt, wie du dich anstellst. Ich bin soweit. Du musst erledige Maschinen mit Holzstapel fallen. Habe ich überhaupt so... ...befallen? So. Äh... Äh... Ja. Hm. Den gibt es bestimmt auch. So. Oh. Das kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. So. Oh. Aber mit welchen Fallen? Ähm... Hm. 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 Was zum Teufel? Alles klar. Du standst grad neben mir. Alles klar. Du standst grad neben mir. Ich weiß... Ich weiß jetzt wirklich nicht... ...welchen Stamm ich hier, ähm... ...habe ich ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Oder hier irgendein Baum? Oder hier irgendein Baum? Ich weiß es nicht. Da wo diese Maschinen hergestellt werden. Da wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbringen. Oh. 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 Okay. Ich hab nämlich jetzt wirklich... ...ehrig gesagt... ...nein, das wollte ich nicht. Welche Baumstämme? Oh. Ah. Ah. Keine Ahnung, ich wüsste nicht mal welche drei Maschinen. Hä? Okay, wahrscheinlich müsste ich sie mir kaufen. Holzstapel fallen. Ganz ruhig. Ich weiß es ja nicht. Egal. Ich habe gespeichert. Gehst du jetzt? Warum stirbst du nicht? Einfach. Es regnet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich muss sie mir wahrscheinlich kaufen. Ich glaube ich kaufe sie mir. Ich mache das jetzt zu Ende hier. Musik 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 Musik